Hamburger SV-Rofis verursachen Unfall nach illegalem Straßenrennen. In St. Pauli ist es am Montagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Laut Medienberichten lieferten sich Jean-Luc Dompey und William McCann-Prancis vom Hamburger SV ein illegales Rennen. Dabei habe Jean-Luc Dompey die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in eine Bushaltestelle gerast. Als die Polizei aber am Unfallort eintraf, fehlte von den HSV-Stars jedoch jede Spur. Laut Augenzeugen soll Jean-Luc Dompey nach dem Crash ins Auto seines Teamkollegens eingestiegen sein und daraufhin sind beide geflüchtet. Würdet ihr als Trainer die Fußballer für diese Aktion suspendieren? Schreibt es in den Kommentaren.